Die französische Messehauptstadt Thiers blickt auf eine jahrhundertealte Schneidwarentradition zurück, stand aber immer im Schatten der sehr viel bekannteren Gemeinde La Joll, deren Name auf eins der bekanntesten Messer Frankreichs überging. In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts beschlossen einige Messerproduzenten in Thiers, ihrer Heimatstadt ein Denkmal in Form eines Messers zu setzen. Am 7. November 1994 wurde der Prototyp des Le Thiers Messers der Öffentlichkeit präsentiert. Seither haben Manufakturen und Messermacher aus Thiers die Grundform des Messers immer wieder neu interpretiert, wobei jedes Modell einer Jury vorgestellt werden muss, die darüber entscheidet, ob das Messer das begehrte Le Thiers-Logo tragen darf. Die in Thiers ansässige Manufaktur Fontenipatot hat mit dem Le Thiers Gentleman eine besonders schöne Interpretation dieses Messertyps vorgelegt. Im Unterschied zum schlanken Le Thiers-Prototyp fällt die Silhouette des Fontenipatot-Messers etwas breiter aus. Wir stellen das Messer hier in zwei Varianten vor, einmal mit regulärem 14C28N Stahl und einmal mit wunderschön strukturiertem Damaststahl. Beide Exemplare sind mit duftendem Wacholderholz aus Südfrankreich ausgestattet. Bevor wir uns den Messern im Detail zuwenden, werfen wir einen Blick auf die Abmessungen. Das geöffnete Messer kommt auf eine Gesamtlänge von gut 20 cm. Die Klinge misst 8,7 cm, der Griff 12 cm. Die Klingenstärke beträgt 3 mm. Das Gewicht liegt bei 132 g. Der Griff des Le Thiers Gentleman birgt eine besondere Raffinesse. Auf den ersten Blick scheint es sich um einen gewöhnlichen Aufbau aus Platinen, Griffschalen und Backen zu handeln. Doch wie wird die Klinge eigentlich verriegelt? Das Geheimnis steckt in der Metallöse am Griffende, die über die Schalen hinausragt. Sie dient nämlich gleichzeitig als Drücker für die Entriegelung des Backlockmechanismus. Und noch eine Besonderheit verdient Erwähnung. Schaut man sich dieses Endstück der Rückenfeder von unten an, fällt auf, dass es über eine Aussparung verfügt, in die die Spitze der geschlossenen Klinge versenkt wird. Für ein perfektes Zusammenspiel dieser Komponenten muss die Klinge also absolut präzise zentriert sein. Präzision offenbaren darüber hinaus auch die per Hand herausgefeilten Verzierungen der Rückenfeder. Der ovale Kopf der Feder, der im französischen Mouche genannt wird, ist mit einer stilisierten Darstellung des Messers selbst dekoriert. Feder und Mouche sind selbstverständlich aus einem Stück Stahl geschmiedet. Nun zu den Klingen unserer beiden Exemplare. Diese Hinguckerklinge ist aus pulvermetallogisch hergestelltem Damast der schwedischen Firma Damastil gefertigt. Der Damaststahl besteht aus 160 Lagen und ist rostfrei. Der Klingenstahl des anderen Messers ist der hochwertige Sandwegstahl 14C28N, ebenfalls rostfrei und sehr schnitthaltig. Für welche Ausführung man sich auch entscheidet, man erhält in jedem Fall Qualitätsmaterialien. Auf der Klinge sind im Übrigen der klassische Lethier-Schriftzug sowie die zu einem T mit Punkt verknappte Lethier-Bildmarke zu erkennen, die beide geschützt sind. Beide Klingen sind vom Rücken an flach geschliffen, was ihnen sehr gute Schneideigenschaften verleiht. Dank eines im Griff verborgenen Klingenanschlags können die Schneidkanten beim Schließen der Messer übrigens nicht auf die Rückenfeder aufschlagen. Messer aus der Manufaktur Fontenipatot sind bekanntlich absolute Spitzenprodukte, die handwerklich auf höchstem Niveau verarbeitet sind. Das gilt selbstverständlich auch für das Lethier-Gentlemen, dessen Ästhetik und Technik die noch relativ junge Tradition des Lethier-Messers auf kreative Weise bereichern. Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020